... gegenüber staatlicher Überwachung ist so groß, dass ich nun widerstand... Ein neues EU-Projekt sorgt für uns, wo es in der Kommission stand, heißt es, und steht für Informationssysteme zur Unterstützung von Überwachung. Die Unterschreibung des Projekts INDEKT versammelt schon ein regelrechtes Horrorszenario, muss man sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020